Knossi bekommt erneut Scheiße per Post. Der König des Internets öffnete in einem Livestream erneut Fanpakete und erhielt dabei allerlei seltsame Sachen. Einer von Knossis Zuschauern trieb es allerdings ein bisschen zu weit und sendete dem YouTube-Entertainer ein Paket offensichtlich gefüllt mit Scheiße. Wir, von was passiert, haben den Ausschnitt für euch rausgesucht. Für die Zuschauer ist das sicherlich ganz lustig, aber wir finden, das geht einfach ein bisschen zu weit und ist schon sehr, sehr ekelhaft. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr ein Paket mit Scheiße zugeschickt bekommen würdet?